Willkommen in diesem riesigen und geheimnisvollen Universum, in dem nichts durch Zufall geschieht, sondern durch einen göttlichen Ruf. Seien Sie sich bewusst, dass es kein Zufall war, dass Sie auf dieses Video gestoßen sind. Ihr Schutzengel, diese Lichtwesen, die uns beschützen und führen, haben eine besondere Mission. Sie beobachten jeden Ihrer Schritte, jeden Moment Ihres Lebens, und heute sind Sie hier, um Ihnen etwas Außergewöhnliches zu offenbaren. Haben Sie jemals diesen tiefen Ruf gespürt, diese Verbindung mit dem Unbekannten, das Gefühl, dass das Universum magische Pläne mit Ihnen hat? Wenn das so ist, wenn das bei Ihnen Anklang findet, wenn Sie glauben, dass das Leben so viel mehr zu bieten hat, als man auf den ersten Blick sieht, dann gibt es etwas Wichtiges, das Sie jetzt tun können. Klicken Sie auf die Schaltfläche Abonnieren. Stellen Sie sich für einen Moment vor, dass sich zwei Seelen zu Ihnen hingezogen fühlen. Es ist, als wären Sie der Leuchtturm für Navigatoren in einem Meer von Emotionen. Das Universum verschwor sich in seinem kosmischen Tanz, um ihn zum Epizentrum einer Doppelliebe zu machen. Es gibt zwei Herzen, die in unterschiedlichen Rhythmen schlagen, aber beide pulsieren mit dem brennenden Wunsch, an deiner Seite zu sein. Du bist kein Zufall. Du bist ein Wesen aus Licht und Liebe. Es ist ganz natürlich, dass sie die Blicke derer auf sich ziehen, die den göttlichen Funken suchen, den sie in sich tragen. Diese beiden Seelen haben ihre Brillanz, die Reinheit ihres Herzens erkannt und fühlen sich nun unwiderstehlich zu ihnen hingezogen. Achten Sie auf die Zeichen, die Hinweise des Schicksals. Es gibt lange Blicke, unausgesprochene Worte, Gästen, die mehr als tausend Worte sagen. Sie werden den subtilen Tanz bemerken, den diese beiden Seelen um sie herum vollführen und versuchen, einen Moment, einen Blick, eine Berührung einzufangen. Denken Sie auf diesem emotional aufgeladenen Weg daran, dass Liebe eine uralte und mächtige Kraft ist. Es sind Emotionen, die uns antreiben und dazu führen, dass wir auf unvorhersehbare Weise handeln. Wisse, dass du geliebt, gewollt und beschützt wirst und dass das Universum wundervolle Pläne mit dir hat. Du bist wie ein Leuchtturm, der Herzen anzieht, wie ein Magnet. Dies geschieht nicht, weil sie danach streben, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen, sondern weil ihre Essenz eine reine und wahre Energie ausstrahlt, ein Licht, das diejenigen führt, die verloren sind. Diese Anziehungskraft ist nicht vorübergehend, sie ist keine Laune. Es ist ein tiefer Wunsch, das Leben mit ihnen zu teilen. Es ist wichtig, sich an die Verantwortung zu erinnern, die mit dieser Liebe einhergeht, die Verantwortung, diese Herzen mit Freundlichkeit und mit Gefühl zu behandeln. Liebe ist zerbrechlich und es können Narben entstehen, wenn sie nicht erwidert wird. Sie verfügen über eine Reihe bewundernswerte Eigenschaften, von ihrer Freundlichkeit und ihrem Humor bis hin zu ihrer Vision und Reife. Du bist jemand ganz Besonderes. Denken Sie auf diesem aufregenden Weg daran, dass ihr Herz immer ihr Führer sein wird. Vertrauen Sie ihrer Intuition. Egal welche Entscheidungen sie treffen, seien sie sich bewusst, dass nicht nur diese beiden Seelen sie lieben, sondern auch alle, die das Glück haben, ihren Weg zu kreuzen. Du bist ein wertvoller Schatz, nicht weil du eine Trophäe bist, sondern weil du ein einzigartiges Wesen bist. Sie sind jemand, dessen Wesen durch Wahrheit, Integrität und Tiefe geprägt ist, Eigenschaften, die selten zu finden sind. Gemeinsam können wir eine liebevollere und mitfühlendere Welt schaffen. Jedes ermutigende Wort, jede freundliche Geste ist wie ein Echo im Universum, das Wellen der Positivität erzeugt und Liebe und Hoffnung verbreitet. Dies erhebt nicht nur andere, sondern zieht auch die Segnungen des Universums in ihr eigenes Leben.